Klatschen. Nein, eben nicht, weil wieder eininten. Watt, 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 nee, positive Stimmung. Ja, man, wir klatschen die jetzt weg, die können nichts machen, wir sind die besseren Spieler. Ganz einfach, so ist das. Was wollen die machen? Wir haben Scarface Toplane. Äh, ja. Dann werden wir erst mal die Maukai, ne? Okay, okay, okay. Dann werden wir die Sin, dann werden wir Leblanc und dann gucken wir mal, die Picken. Ist das denn die Sin-One-Trick oder was? Ja, zumindest ist es gut gespielt. Alter, wenn den Ani wir einmal offen lassen, ne, dann kommt der Inshalok und dann fick ich die Scheiße aus dem Haus. Nee, ich hab keinen Bock mehr auf Inshalok. Reinflatschen, flatsch, flatsch. Weißt du? Nee. Also, First Beaker Lister, oder? Ja, ist der. Was waren wir? Ähm... Das waren der Neuen gerade eben. Können die noch junglen. Orianna? Können sie Orianna bannen. Leblanc. Wir wollen noch picken, oder? Nee, wir haben nur was wir picken wollen. Leblanc. Blanc, Ben? Ja. Ja. Ja, welche Jungler sind jetzt noch offen? Äh, Warwick, Zac. Oh, Zac? Wollen wir Zac gehen? Ja, Zac. Zac, 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 Zac. Aber Zac ist richtig bad gegen Kragas. Nicht wirklich. Die gehen wieder Kragas Poppy dann. Ja, stimmt. Du könnt einfach für Reksa gehen. Äh, ich wär lieber für Warwick. Fühl ich mich mehr konfident. Okay. Äh, wir sollten jetzt Rastana picken. Ist okay? Ja. Ja. Oder? Ja, wenn die Catelyn dagegen picken. Aber ist okay. Ja, ich glaub, das wird so gut. Kannst du jetzt auch Warwick zeigen? Ja, können wir machen. Dann, äh, Max, pick dir dann Warwick. Obwohl, wir können Orianna picken hier. Ich warte nur ein bisschen. Warte, wir können Ori auch einfach der zweiten Phase picken. Äh, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Wir können, ja, pick Warwick. Wir picken dann noch Orianna, bahn zwei Midlaner. Wenn der jetzt Uri geht, müssen wir halt gucken, was wir spielen. Aber ich kann auch einfach Ari gehen und den ein bisschen töten. Bisschen töten. Glaubst du, Ari ist gut? Nö, das Badjob ist kacke, aber der ist nicht gut. Ja. Kannst du Catelyn spielen? Ja, ja, kann ich auch. Ja, okay, das wär richtig gut. Catelyn ist nicht so strong gegen Ori. Ne? War Ari or Rihanna nicht mal ein Skill-Match-Up? Ja, Ari wurde genervt. Ach so. Seitdem ist es nicht mehr ganz so skill-lastig. Mein Trash. Ja, jetzt wär schon wieder Zack komplett kacke gewesen. Ich hätt geheult. Bin ja schon mal froh, dass wir das nicht haben. Kannst du hier Jenna picken kurz? Sprich, ich kenne. Hätt ich jetzt Zack gepickt, wäre mein Geburtstag vorbei, Alter. Hier ist der Cassio. Kann Jenna picken, aber haben wir halt wieder kein Lebenpöscher. Ja, aber mit Catelyn bannen. Genau, ich spür mal das, was du willst. Ja, ich bin mit auch, aber keine Ahnung. Sünder wäre auch nice, ja. Ich kann auch noch mal kriegen. Ja, ist auch gut. Ich glaube, ich gehe Corki und ball einfach die Scheiße aus den Leuten. Was war das? Geil, dann bauen die keine Arme. Ich würde noch Blitzkrieg gehen. Hm. Äh, was sind gut... Ah, warte mal. Was bauen wir jetzt? Äh... Ja, ADCs. Ja, ADCs. Und Catelyn auf jeden Fall. Ja, Catelyn. Und Catelyn. Weg, Bun. Was ist mit Jyn? Der ist eben ziemlich gut gewesen auf Jyn. Jo. Jo. Okay, Catelyn hört sich gut an. Alter, dann mache ich gut so laut und instant. Was? Witz ins Mikrofon, ey. Das ist einfach... Kann jemand Witz erzählen, bitte? Okay, pass auf. Max? Ja. Was ist der Unterschied zwischen dem Puff und dem Kindergarten? Ja, es gibt mehrere, würde ich sagen. Oh Mann. Hast du mir den Witz versaut? Hä? Eigentlich sagt man keine Ahnung, dann sage ich, du perverses Schwein. Jo. Ja. Nicht mit mir, Junge. Smart Ape. Vor allem, erzähl mir den Witz und spiel da nicht mit. Jo. Richtiger Mixer. Ich bin einfach nur ehrlich. Jo, da gibt es mehrere. Also, Puff ist meistens... Ja. Aber was soll ich spielen? Puff ist meistens nicht in der Vorstadt. Also, ich könnte Alistair spielen. Ich könnte Witzkirch spielen. Ich könnte... Was brauchen wir denn noch für eine schöne Runde kommen? Braum ist doch offen. Braum ist doch subi hier. Ja, Braum hört sich echt gut an, ja. Oh, nee. Mal die... Was ist denn jetzt gegen Kusskirch? Der was a problem... Ja, dann ist es Blitzkirch. Blitzkirch oder Braum? Was willst du haben? Was willst du haben? Sag an. Ist egal. Nimm den Blitzkirch. Ihr möchtet. Blitz, Blitz. Komm. Er hat wirklich Bock auf Blitz. Da haben wir eigentlich wieder... Das habe ich gerochen. Ich hatte wirklich Bock auf Alistair, aber okay. Ach, komm. Blitzkirch ist so ähnlich vom Prinzip her. Kutscha, soll ich dir erklären? Okay. So, wenn ich jetzt auf der Toplane hier nicht eine Sahne-Performance sehe, ne? Ja, ja. Toplane performt immer und Toplane ist immer reinscheißen. So, aber jetzt zeigen die uns, wie man die Scheiße spielt. Ich würde immer einfach in meinem Leben, weißt du, Chantau spielt Kali Kalista, Sola spielt Kali Kalista. Jungs, ich fange nur für dich an, Kalista zu spielen, okay? Du, du spielst nichts anderes mehr. Anesthi spielt doch voll viel Kalista. Und wenn du auf Diamond 5 droppst, ist mir scheißegal. Anesthi spielt doch voll viel Kalista. Ah, gut. Aber das ist ja auch eine gute Sache. Ach so, ja. Du hast ja da deine, deine, dein Geschäfte. Muss ja geboostet werden. Ja, genau. Wolltest du es so nicht sagen. Ich weiß nicht, ob es für dich cool ist, aber anscheinend. Boah, ich hätte auch Taric spielen können. Wir dummen Mongos. Oh, ah, die wollen die Botlane. Oh, Mann, ey. Bei der Combo habe ich doch schon keinen Bock mehr. Komm, Scarface. Hau was raus. Hau mal Tründer mehr raus, Junge. Nein, nein, nein. Alter. Jetzt überlegt der Pick. Fiora? Du dieses Face an, Alter. Einfach irgendwas, womit du komplett wo du hineingehen kannst, Junge. Das ist auch ein Tank-Spielen, so für unsere Combo. Ne, 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 ne. Äh, ja, Fiora einfach. Give Fiora einfach, whatever. Whatever ist überhaupt nicht das, was ich fange. Whatever ist so eine Kacke, Mann. Alter, was? Ich stelle mir so, okay, okay, okay. Da kommt einfach, whatever. Whatever. Pick mit Fiora. Whatever. Alter, wenn das mein Top-Leader in der Solo-Cue schreibt, dodge ich. Whatever. Lost, picket, band, pick Fiora. Ja, gut. Wolltest du nicht Yasuo spielen? Ja, gegen Shen ist nicht so gut. Nächstes Game dann. Ich mache jetzt erst nur Solo und dann mache ich Solo mit Yasuo. Kannst du ihn überhaupt interrumpen? Ne, ne? Wen? Shen. Ne, ne. Du drückst ihn einfach richtig rein, bis er durch ist. Immer tot, wenn er ankommt. Ja, okay. Wenn er einmal wegdipiht. Was mache ich schon? Jetzt haltet eure Fresse, ich will das gewinnen. Welche Land hat Pressure? Wenn wir einen Hook treffen, dann Bot. Also, das Beste, das Beste, das Beste, was man sehen kann, ist, dass Miller in der Head kommt und dann in die Botlin rum. Ja. Weil ich splitte einfach und wenn ihr als vier Leute nicht so behind seid wie Letzis Game, dann kann ich auch Tower nehmen und sowas. Willst du sagen, wir waren behind oder was? Die Lane stand 0-3. Ne, ne, ne. Nein, ich stand 0-0-0. Jo, ich sah auch jede Lane. So lange gehört nicht zu meiner Lane. Ich habe mich abgekürzt, ich bin ein Freistaatler. Vatikan, Junge. Okay, wäre übel egal, wenn wir diesmal um die Midlane, also entweder halt ein bisschen Pressure aufbauen oder halt einfach nur Wards stellen. Weil ich würde da... Ja, ich bin, Alter, Wards bin ich der Meister. Guck dir die Post-Lobbys das an. Alter, manche Leute bei Twitter sind so dumm, ey. Manche? Alter. Okay, Leute. Let's fucking win. Wir werden über die Top-Lane. Krass. Hi. Ja? Ja. Okay. Ja. Okay, dann go. Oder du geh mal die Karte und dann ne. Alter, wie kannst du denn Ja sagen und falsch laufen? Ne, deswegen habe ich Ja gesagt, weil ich nicht so weit habe. Wir gehen über Triwuf oder was? Was ist das denn für ein Skin? Offensichtlich. Alter, guck mal, ich nehme die Abkürzung. Der hässlichste Blitzcrank-Skin. Hä? Was spielt der Polizei? Es gibt so viele schöne Blitzcrank-Skin dahinter dieses Stück Scheiße. Zwei Skins in einem. Lass mich warten. Alter, mach dann aus. Ich bin gleich vorbei. Kill yourself. Ich bin gleich vorbei. Okay, kannst du das machen, Amy. Go. Wir gehen da hin, weil der steht da am Töt und dann huckst du den. Mhm. Amy, more. Zeig ich nicht, Amy. Wir gehen jetzt hier rein. Go, go, go. Wir müssen uns beeilen. Wir sind in den Sprunglöch. Spät, dran. Ist locker niemand. Naja, die hocken irgendwo. Doch, der ist da. Der ist da. Der ist so geboostet. Ice Hook. Dann hättest du am Team vorbeigehookt und er hätte nach unten flashen können. Das hätte mit sich ausgegeben. Okay, halt dein Maul. Echt? Ich bin dann in Ultra- Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Und sperrst du dich, die Kutsche? Stell mich mal hier an, oder? Alles rein. Alles riesig. Go. Alter, ich bin einfach so ein netter Mensch manchmal. Manchmal? Manchmal. E-Bot-Pult nicht. Kann sein, dass der Top-Side gestaltet wird, for some reason? Äh, ja, kann sein. Warum sagt der immer jetzt, for some reason? I don't know. I don't know. Scafes. Hm? Ich mach Blut, dann mach Red. Und dann gängen wir die Scheide aus dem raus. Hört sich gut an. Gut. Nein. Oh, der wird zweifelt. Jo. Kutsche, ey, bitte carry das. Guck die Scheiße aus dem raus. Weißt du, dein letztes Kino-Spannung-Match, der Blitzcrank? Das bist du, Kutscher. Ja, bei Kutschers Blutcrank kommt es sich doch an Opa-Carry, sondern wie hart. Das stimmt. Ist noch 1 Cs ahead, Botte. Nur dank Kutscher. Botte. Ich sage, in letzter Zeit habe ich random Buchstaben, die in meine Wörter kommen. Ich habe das auch Sonderschüle gesagt. Ich kenne das, ich habe nur meine Anfälle, dass ich nicht mehr reden kann. Ja. Ich komme, Scaface. Nee, wie ist der, hast du schön reingepusht für mich. Es geht dann, also du kannst du auch gang mit dem Ruck. Geh einfach in seinen Jungle rein. Stopp. Ich komme, das Problem war auch immer. Nee, 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 nee. Ja, mach ich. Mach die Krabbe. Ohliana topside geworden. Hier ist, hier ist Gragas. Hätte die Krabbe nicht gemacht. Uri can move, Uri moved, Uri nicht. Jo, dann... Was das macht? Ich hätte gerne contested. Nee. Ich kann halt nicht einfach... Ja, ich verstehe. Ja, schon gemacht. Danke. Du warst ärgerlich. Wann hast du da hin? Ich bin der oberen. Oh. Ah, close. Aber even farm. Nice. Mann! Ihr scheiß Huren-Söhn! Was? Warum machen die Paus? Nee, der Trisha hat Bock, mir hat's schon zwei Rucks gemisst. Gragas ist bei Grump, by the way. Ich seh so. Er dodgt da einen Q nicht und denkt, das ist ein Leck oder was? Natürlich. Der, der, der... Das Skript funktioniert nicht. Leck? He, Leck? He, Le, 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 Leck. So, also Bot-Lane ist eigentlich ganz chillig, ne? Aktuell. Alles gut. Ich werde jetzt direkt die Krabbe machen und dann gucken, ob ich bei seinem Jungle... Nee, Bot-Side macht ja gar nichts. Aber wenn Gragas beim Grump... Ich könnte direkt Bot-Side gehen, zu ihm die Raptor ein bisschen wegschütteln hat dann. Die müssen ja respawnen gleich. Naja, du bist halt super deep, Brolam ist da nochmal richtig schwer zu contesten, weil die Bot-Lane von uns pusht ja nicht rein. Wie hat denn jetzt, können wir kurz, äh, wie hat Gragas gejungelt? Hat der wirklich Blue gestartet? Dann macht's ja keinen Sinn für ihn jetzt im Grump zu sein, oder? Oder hat der Blue nicht Blue gestartet? Nee, nee, er hat, der war, aber er, also er hat nicht Top-Side gestartet, das war ja also, nein, er hat Top-Side gestartet. Also Raptors, Red, Wölfe, Blue, Scuttle-Craften, jetzt ist er bei Grump. Okay, das heißt, er wird jetzt versuchen, da was, äh, Top-Mitte zu ganken oder Base gehen und Golems machen und dann Bot sein. Ja. Also, wenn wir ihn jetzt nicht gleich Top sehen, dann wird da die nächste eine Minute Bot-Side sein. Ja. Okay, ich kann langsam so ein bisschen random Pressure aufbauen. Okay. Ich geh mal zu seinen Raptoren, zumindest Warden. Okay. Oh, Gragas, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich bin da, ich bin da. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Lol. Oh, du musst nicht gleich. Ah, ist ja actually first, dacht ich mir, dafür bin ich nicht so getät genug. ähm, warte, Gragas ist tot, dann geh ich jetzt schön in seinen Jungle rein. Hast du damit Absicht gemacht, Johnny. Du hast dich genau dann ganken lassen, als mein Ken angegriffen wird, damit ich ihn verpasse. Oh, siehst doch. Sabotage. Oh, get that space. Hey, man hat eine dicke Wave. Willst du mal einen Hook probieren? Und jetzt hier traden, kriegen die was nochmal, oder? Oh, das war close. Ich komm bot lane. Ich lauf bot lane. Dauert noch. Hinter mir ist Kragas. Ich lauf, ich lauf, ich lauf. Kein Flash. Heal ist noch ab, Ignite ist raus. Geh raus, geh raus, geh raus, geh raus. Rede miteinander. Da gab es nichts zu reden. Kragas war Bot. Ich geh mal ein um die Red Buff. Oh, ne, nevermind. Also Top läuft gut. Der Bot läuft auch okay. Die hat nen Blue Buff jetzt, die Xayah, aber hat nicht gehealt. Ich hab hier dabei nicht geflasht. Oh mein Gott, ich bin, glaub ich. Könnt ihr, könnt ihr ziehen? Nee. Nee, kommt zu dir, ja. Oh, die gibt Xayah. HVGP und keinen Pott mehr. Also wir haben jetzt auf jeden Fall XP Advantage. Äh Gold, äh, Health Advantage meine ich. Crash ist immer noch miss. Ist wieder da. Der ist auch relativ gut. Uri zählt hier. Mitlein ist völlig lost. Also Spielhelfer vom Top-Bot-Robot oder so. Mal gucken. Ja, der Bot läuft eigentlich gut, oder? Ja, der Bot läuft gut und Xayah hat kein Flash. Also wenn wir Pre-6 dann Gank durchkriegen, sollte auch ein Safer-Kill sein. Ich kann quasi einfach mit, äh, Jump engagen und dann sollte kurz da rankommen zum Locken. Aber die gehen, glaub ich, jetzt Base. Das ist die nächste Rave noch Hardpush, ne? Oh. Ich, äh, Jungle-Spot-Side. Ja, wir gehen jetzt auch erst mal nach Base. Hab ich genau gesehen. Scheiße. Ja, ich hab jetzt auf jeden Fall deutlich mehr Gold beim Backpot als sie. 3-400 Gold mehr. Der hat mir Boots gekauft. Oh, dein Pink. Ach stimmt, scheiße. Adam nicht even. Crash ist in der Mitte. Er hat 5 mal Boots gekauft. Der hat, also der will viel roam jetzt. Die haben keine, ist kein Sidestone. Kurz schaut auf, 5 mal Boots. Ich hab' mit deinem Tod. Daher ist Lex. Ich hab' mit deinem Level advantage. Aber die hat grad so nichts. Komme ich, komme. Ja. Oriana move. Oriana move. Ist der Null? Na, ich bin tot. Oder? Ich hab' 5 Sekunden Package. Ah, das hätte ich kommen sollen. Die werden 5 Bot nehmen. Oh, ok. Dann können wir Package kommen. Ja, das, dann können wir das contesten. Wahrscheinlich. Ja, die klären nur erstmal. Schen geht auch schon Base, Oriana ist auch schon Base. Die sind nur noch zu dritt. Die sind nur noch zu dritt. Die werden die nicht kriegen, die werden die nicht kriegen. Dann wird TP in Toplan. Ich muss, also, ich könnte Botlan TP mit ner Toplan TP. Ne, 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 die zieht sich schon zurück. Aber wobei, ich glaube. Wir sind nur noch zu dritt, aber die können das nicht durchpushen. Ja, die können das nicht pushen. Du wirst vielleicht auch noch. Oh, hab' ich da grad. Schön gesucht. Ah, die pushen weiter. Double Package kommt. Dritte Leben hat er noch. Jetzt ziehen sie sich grad zurück. Naja, ich bin geberuft, die wissen das. Äh, du könntest versuchen den Shen zu ganken jetzt. Wenn wir den killen, äh, kriegen wir den Tor, oder? Ah, er hat noch die... Kann sein, dass du hier noch trappen, pass auf. Ich hab Ult. Nach dem Wrap-up meinst du? Ja. Wann bist du 6 Kutscher? Bisschen weniger als der Elf. Er kann... Kannst versuchen den zu ganken. Ja. Wir haben keinen Grund, dir jetzt wegzugehen. Der ist Full-Armor aber. Ja, auf der Nacht. Ja, ich muss da nur aufpassen, dass er nicht wieder mein gesamter Ulti dodged. Da, aber... Ne, die trappen noch, ja. Ah, shit. Ich dachte, dass ich in Rage bin da, ey. Okay, bist du ready? Geh, jo, jo. Du musst vorgehen. Jetzt ist Bot 2 down. Go? Jo. Hier geh nicht, geh nicht. Ist Bot down jetzt? Ja, ja, ja. Ja. Ah, die werden wieder swappen. Lassen. Ja, die dienen mir auch mega viel zu essen. Taks. Da hat's Hallo gesagt. Ja, das ist Bot Zeit. Trash Bot wahrscheinlich wieder im Mittlereum. Die werden jetzt in der Mitte wahrscheinlich den Turtel mehr holen. Ja, der Turtel ist auf der Bot OP. Wenn die Moven verlieren die nur das Tempo für den Top Laneswapp. Ah, bot ist Mist. Also geht davon aus, dass wir stoppen. Wollen wir reswappen oder wollen wir versuchen Turrets zu traden? Die haben auch Drake gemacht. Die werden das Botland wahrscheinlich nochmal auspushen, bevor die Base gehen. Wenn nicht, dann könnt ihr Botland Tower holen. Weil ich kann Topland immer einpushen, die brauchen dann noch eine Whiff dazu. Ja, die sind wahrscheinlich jetzt Base gegangen. Kann sein, dass Uri Botland zieht, um das zu defen. Dann ist immer noch Topland das hier drin. Das war nicht in Range. Uri ist immer noch nass. Wie ist es mit Harald? Können wir da vielleicht was machen? Also unser Botland ist Bot, also können wir nichts machen. Max, komm mal kurz Bot, du hast eh keinen Camper. Dann holen wir Turret, dann holen wir Turret. Ja und? Aber es geht doch um pushen, oder? Wunderbar Turret, ja ja, ist gut. Ja, wir haben dicke Minis, den kriegen wir auf jeden Fall mit der Wave. Jo. Ich TP, wir können für T2 gehen. So, das machen, Balls Recall. Let's go. Die gehen auf Topland, die Recall. 2 Game Base, Vargas und Trash. Wollen wir dann auch Back, oder? Ich glaube nicht, dass wir T2 kriegen. Wir können hier easy Tempo holen. Lass mal hier reingehen und Vision bekommen. Lass mal, wenn die Top weiterpushen, lassen wir dann? Ich habe Ult, ich habe Ult. Wir müssen mit Lange gehen, wir müssen mit Lange gehen. Vielleicht kriegen wir die Orianna. Also Topland bekommt die E. Ich habe Ult. Ja, wegen T2, dann Johnny T2, falls die weiterpushen, oder? Also, falls die T2 weiterpushen, geht Johnny Top. Hat Uri Flash? Jaja, die hat alles ab. Push away, push away. Kannst du die versuchen zu hocken? Okay, in der Strain, in der Strain. Ult raus. Und Flash. Ja. Okay, jetzt werden die Top weiterpushen wahrscheinlich. Ander war meinsch, verschillt. Hier ist Flash, hier ist Flash. Ja, 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 ja. Versch raus. Pass auf, hier oben ist Zaya. Hier oben ist Zaya. Ja, ja, ja. Hier raus. Okay, Versch, Flash. Und Uri. Ziemlich viel Cash. Die Xayah könnte ich Ulten. Schall ich? Ne, 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 ne. Wenn die Xayah Ult ready hat, dann kannst du sie nicht Ulten. Die wird das nächste Mal dodgen. Nice, good job. Aua. Okay, wie spielen wir das jetzt? Willst du auf die Strain gehen Johnny, oder? Ja, also ich gebotlin jetzt. Die machen grad Harald. Können wir da was machen? Können wir den contesten? Also ich kann da hingehen. Ich hab jetzt nicht nur viel Cash. Ich glaub wir sollten den contesten. Uri hier, Uri? Uri hat keine Ult. Keine Ult, ihr hat keine Ult? Und kein Flash. Go, 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 Ult. Nice. Hup. Hup. Hup, 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 hup. Hup, 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 hup. Schön, schön, schön. Ich bin fast da. Raus, 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 raus. Raus, 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 raus. Wir haben TP raus. Und wir wollen Harald abgebrochen, TP das war gut. Du wirst aber gucken, ob wir da was machen können. Okay. Soll ich noch bleiben? Ich hab halt 2k Gold. Ja, ich hab auch 2k. Ich glaub wir sollten hier einfach weggehen. Ja, die brauchen 1000. Ja, aber dann meinen die Harald. Ja. Ja, die werden den eh bekommen. Wir müssen Sidelines pushen. So, Tristan in nem Topf haben. Botf haben. Okay. Wir bekommen übel viel raus. Wir haben sogar nen Kill rausbekommen. Und übel viel Zeit. Okay. Johnny, wie ist mit Blue Buff? Gott sei Dank. Okay. Wir scannen halt wieder mega gut. Wir haben halt 2 AD Carries und nen Split Pusher. Ich klau dir einen kleinen Wolf. Ah, den er meint. Die Krieg hab ich auch genug. Nächster Drake ist Erde. Der wär nice. Ich hab Trin Tfos ab. Ich geh fix Base. Kannst du das Friesen, Kutschi? Boah, ich denke. Ich hab' mitgebracht. Also ich würd auf jeden Fall bevorzugen, wenn du Side-Bane und ich mitlenke. Ich bin halt vergleichsweise schwach zu dir, glaub ich. Da ist Oriana. Ja, die wollen für mich gehen. Können wir vielleicht top ziehen. Wenn ich Hilfe kriege, kann ich doch gleich pushen. Ja, wir müssen... Außer hier ist niemand. Leute, Leute. Wir müssen irgendwie versuchen. Wir versuchen jetzt die ganze Zeit irgendwie mitpush zu bekommen. Ah, okay. Ja, du musst dich verbissen da. Ihr müsst mitpush bekommen und dann auf ne Seite rotieren. Am besten ihr rotiert einfach zu der Seite, wo soweit ist. Guck mal, ob ich dir da noch helfen kann, aber ich probiere. Ne, ich bin safe, ich bin safe. Okay, dann machen wir das. Ich hol mal Red, dann können wir das versuchen. Jo. Also das ist so das Wichtigste, was wir machen müssen. Einfach versuchen mitpush zu bekommen. Holt euch Pink Wards. Für hier, hier, generell... Also Defensive Vision brauchen wir. Wer stirbt hier? Ah, ich bin hier, glaub ich, tot. Ja. Ja, dann lass uns hier... Wollen wir Top-Day machen? Hier Top-Day? Ja, aber Shen... Ja, stimmt, 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 scheiße. Ah, ja, Shen... Was haben wir gegen Bot-Lane? Also ich... Ich... Ich glaube, die bekommen dann nichts. Die können da Wett finden. Guck mal, die hilft hier sogar. Die Bot-Pushen, also Top ist nicht weiter pushen. Die könnten mitroomen, pass auf. Ja. Ja, das kommt. Könnt ihr da nicht was machen? Ja, ich glaube... Die haben sogar Heavy-Boat-Lane. Die kriegen PC. Ja, ja. Der Garas, keine Ulti mehr? Ja. Wutsch jetzt muss der Gotthook kommen. Du weißt, wo die sind, Alter. und ich mir ich komme bitte ja wir müssen jetzt irgendwas versuchen sonst bekommen die einfach ja dann machen wir jetzt mit der warst du mit meiner holen ja wir können ja eigentlich geht da rein geht da rein geht da rein auf die uhr kragas das Problem ist dass wir uns immer mit dem sucken abwechseln so das erste geben dass ich nicht komplett reininte aber diesmal hast du die anderen nicht so gut oh das hat gehittet? das hat gehittet? ach komm geh doch nach hause alter das game ist so sad fuck dann haben die spells alle doppelte range ja lass das einfach das nächste mal nochmal machen ja nur dass wir dann halt die ori holt äh den blitzcrank hookern auch haben vielleicht kriegen wir ja irgendwas wir müssen jetzt irgendwie schauen dass wir einfach mit blitzcrank leute hooken ja dann müssen wir ein bisschen aufbauen drumherum lass mal einfach jetzt fünf mal rumlaufen und schauen dass wir blitzcranker nix bekommen ich glaube das ist echt das beste was wir machen können bei nix ist noch nicht ah wir können eigentlich weiter fahren drei minuten lang wenn der schon nicht ab ist dann müssen wir aufhören äh so kurzer werden kommen wir jetzt also wenn die nicht viel machen jetzt damit die mitte nipp dann bekommen wir übel viel gold durch die zwei minuten ah schwierig 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 ich kann selbst auch nicht viel machen ich brauche noch black lever bevor ich irgendwas machen kann ja da ist thrash der will hier vision claim ja wir können hier reingehen eigentlich ich bin halt top bot ne ja move 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 wir gehen da rein go 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 nice 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 schön auf thrash oder? die krieg ich oder? wenn shen ultet dann ult ich ihn weg gut jetzt habe ich keine vision mehr auf shen alles gut wir sind nice 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 körper hat gut frühfarm das war gut ich brauche Hilfe hier ok ich kann nein nein oh der will mehr er hat ult ihn noch glaube ich der war gar nicht dabei gerade eben kommst du rein? ja 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 ähh jetzt mal schön hättest du die vielleicht? ah schön oh lieber oh lieber nö ich bin ab in 5 ich kann hinter die tippen ja das mach ich sogar ich tippe hinter die auf geht auf vor allem Uri kommt der gerade fresh ey holy shit das ist unlucky oh die Uri will mich auf jeden fall ach mein fucking flash aah das gibt es doch nicht warum ist denn heute das spiel so cancer ist einfach so ich denk mir die wird bestimmt gleich ult und drück ich flash die ultet ich drück flash mein flash kommt nicht durch abk ja das game ist super sick vielleicht können wir mitm Nash sie gewinnen ich hab gehört Max ist hier gut Nash naja doch Uri aber er kann die die wären schön dumm wenn die Nash machen ah guck mal da ist der captain der schnappt sich den einfach nix super nash nix da ist der nächste dran guck mal wieviel free farm das hier ist also innit bekommen die ja nicht ich weiß es ist Zeit für den Wunan Skorki so Jungs Pinkboard da und da oder Maschine da durch Richtung Nash ihr könnt euch ruhig auch zwei Pinkboards holen ne wir bauen ein paar damit wir hier die Vision immer wieder fangen wir mal bitte ab putscher danke bin doch dabei mein goodster die wollen auch eine proklieren ja los ja die die wollen wir hier äh vision klären topside wir können jetzt eigentlich hier campen ja lass einfach in den Busch gehen hier zu sind ja ich wollte nur unten ja aber jetzt ja wenn die Dägen klären wollen ja stimmt ja stimmt gut ihr das ist hier die Skor ja ja klären ne kommen noch rüber du Feil not yet 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 arr Uri ist nicht da ne Uri ist nicht da die werden mich da einfach reinpushen lassen Der Turm wird fallen, wenn wir niemanden mitte schicken. Wir vertrauen aber auf Max Steel, würde ich sagen. Max bleibt einfach hier und versuchen wir in den Nests zu zielen. Max hat wieder Ult. Wird auch relativ easy für Max, glaube ich. Sie sind dran, Max. Ne, sind sie doch nicht. Doch, sind sie. Joa, ein Pickford für dich. Oh. Ich habe kein TP, Leute. Geh rein, Geh rein! Ach, schade. Leute, wie lautet der Plan? Helfen! In-Hip steht wieder, soviel sag ich immer. Na gut. Frag dich nur, wie lange. Ich meinst, ich habe Mausfrau im In-Game, mehr sag ich dazu nicht. By far. Ah, jetzt nicht mehr. Scheiße. Potion top, Scarfist. Ich weiß nicht, aber jetzt leid ich zum Gefühl, dass mich die OG in-Hip für die Wonshotten könnte. Das bringt für mich tatsächlich nichts. Kannst du aber nicht mitdeffen? Okay. Dann werde ich mitgeben. Ähm. Dann ist botlane. Ich halte den einfach botlane. Der ist viel stärker als ich. Kann den nicht verstanden. Wegen Nash. Also ich verstehe, du hast absolut recht, aber die werden trotzdem finishen. Also da können wir nichts gegen machen. Ja, aber können wir nicht einfach versuchen, zu fünft jetzt, zu guten Teamfight hinzulegen? Also am besten, ja. TD Orianna ist Half-Life. Da hast du Ult raus. Lass du fighten, lass du fighten. Ja, fighten, fighten, fighten. Auf wen, Orianna? Wenn die sich drücken, das ist ja sogar okay. Wir müssen den Bot in-Hip auf aller Fälle dürfen. Wir müssen da einfach rein gehen jetzt. Warte doch, Polo-Dult. Warte doch, Polo-Dult. Warte doch, Polo-Dult. Warte doch, Polo-Dult. Holy fucking shit, Alter. Hey, seid ihr ready? Ich habe fünf Sekunden ult. Dann versuche ich die Orianna zu kriegen. Alter, ich gehe noch kurz, ich habe Infinity ready. Warte, warte, warte. Dann ist der In-Hip weg. Ja, dann ist der In-Hip down. Ja, gut. Ob wir jetzt eine mehr haben oder nicht, der tiefer ist. Das ist die Kunte. Ja, Johnny muss base. Ja, wir müssen jetzt auch. Ja, wenn Johnny wieder da ist, ja. Ja, rät, jetzt auf Blitzkrank-Hoop-Garten. 10 Sekunden, Leute. Oh man, ich könnte die ganze Zeit... Ja, wir müssen da rein. Ult einfach rein, ult einfach rein. Du bist da jetzt rein. Die mindestens um. Was? Sire, Sire. What? Ja, ich bin einfach so... Super Dasein-Scheiß-Hoop auch noch trifft, Alter. Oh mein Gott. Der Oma hat gut gefickt auf jeden Fall. Kaum ist unser Top-Layer nicht da, ey. Ganzes so gut im Arsch. Äh, ja, das Ganze habe ich nicht gut gespielt. Alter, mach dir doch jetzt mal hier keine Runde. Ja, fand ich ziemlich schwach, wenn du es gab jetzt an der Stelle. Ja, ich weiß nicht. Ich habe schon gut geentert eigentlich, ja. Ja, das war eine weitere Runde. Keo Spannow, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.